Du bist aber eine fleißige... Woher weißt du, wo ich wohne? Du hast mir wehgetan! Ah, na, sieh mal einer an! Hier! Wow, das ist ja echt der Hammer hier! Krass! Also, was willst du von mir? Ich wollte dich fragen, ob du auch hinter dem Schatz her bist. Dem Schatz? Wovon redest du? Das hier scheint das Gegenstück zu diesem zu sein. Woher hast du denn das? Ich hab es von meinem Großvater geerbt. Dann ist es. Also gestorben. Das ist eine böse Unterstellung. Also, rede schon. Wo hast du den Schlüssel auf diesem Bild hier gesehen?